Was bringt mir ein Minijob an mehr an Rente, wenn ich im Jahr 2024 monatlich 400 Euro Nebenbeschäftigung ausübe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wir haben eine interessante Anfrage bekommen zum Thema Minijob und Verdienstzeiten und Wartezeiten. Und zwar ging es der Anfragenden darum, wie hoch denn ungefähr die Rente wäre für ein Jahr Minijob bei monatlich 400 Euro und diesen Minijob ausgeübt in Nebentätigkeit parallel zu einer Hauptbeschäftigung. Bringt das überhaupt noch etwas dann für die Wartezeit für eine Rente? Ja, meine Damen und Herren, die Antwort ist relativ einfach. Ich zeige es Ihnen mal in nackten Zahlen ausgerechnet. Ich mache es mal höher mit den Rechenwerten, die wir haben. Stand April 2024 mit dem vorläufigen Durchschnittsentgelt von über 45.000 Euro bei einem Jahresverdienst von 4.800 Euro Minijob. Bekommen Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn dieser Minijob nicht versicherungsfrei ist, 3,98 Euro monatliche Rente gutgeschrieben, wenn Sie in eine Regelaltersrente gehen würden. Also das ist praktisch sozusagen der Ertrag, abschlagsfreie Regelaltersrente. Wenn Sie vorzeitig in Rente gehen, werden Sie dann, wenn Sie nicht mit 45 Jahren Wartezeitenrente gehen, sondern mit 35 Jahren Wartezeitenrente gehen, darauf auch noch Abschläge bekommen. Ja, meine Damen und Herren, das ist das eine und das andere war ja das Thema mit den Wartezeiten parallel zur Hauptbeschäftigung. Und da kann ich Ihnen nur folgende sagen, das bringt dann parallel zur, bringt dann im Grunde genommen keine zusätzlichen Wartezeiten. Machen wir das mal ganz schnöde an einem Beispiel. Sie gehen im Jahr 2024 ganz normal im Aldi als Kassiererin oder im Krankenhaus als Krankenschwester oder bei RWE in der Konzernzentrale als Hauptsachbearbeiter oder Hauptsachbearbeiterin arbeiten. Wenn Sie einen Volltimejob zwölf Monate, dann bekommen Sie für diese zwölf Monate Kalenderzeit eine Wartezeit eingetragen für Ihre Rente als Beschäftigungszeit, als Beitragszeit. Und jetzt machen Sie parallel, genau in diesem Jahr parallel, nochmal zwölf Monate Minijobzeit. Dann verdoppelt sich die Wartezeit nicht auf 24 Kalendermonate, also zwölf plus zwölf, sondern es bleibt bei zwölf Kalendermonaten Wartezeit für eine Altersrente, weil es nämlich keine doppelte Belegung eines Monats in der Wartezeit geben kann. Der Monat in der Wartezeit gilt immer nur als einmal mit einer rentenrechtlichen Zeit belegt. Also er zählt für die Wartezeit sozusagen, können Sie in einem Kalendermonat drei belegungsfähige Wartezeiten haben, aber er gilt grundsätzlich immer nur als einmal mit einer Wartezeit belegt. So ist die aktuelle Rechtslage. Das heißt also für die Wartezeit bringt Ihnen das in dieser Konstellation für eine Altersrente für langjährig Versicherte oder Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit nichts. Ja, also von der Seite her können Sie selbstverständlich selber entscheiden, ob es Sinn macht, diesen Minijob in dieser Konstellation bei Nebenbeschäftigung versicherungsfrei oder versicherungspflichtig zu belassen, versicherungsfrei zu beantragen. Das müssen Sie aber bitte mit dem Arbeitgeber dann abklären, schriftlich gegenüber der Rentenversicherung dann auch anzeigen, gegenüber der Knappschaft anzeigen. Und ansonsten kann ich Ihnen nur so viel sagen, wenn man das dann zehn Jahre macht, dann sehen Sie ja die Renten, den Rentenbetrag, den Sie da bekommen bei zehn Jahren. Ja, könnte man auch sagen, gut, das lohnt sich dann doch für mich, sind es 40 Euro mehr Rente. Aber naja, das ist dann Geschmackssache. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Minijob und Rentenanwartschaften und Wartezeit als Nebenjob neben einer Hauptbeschäftigung. Dann können Sie selber für sich ableiten, ob sich die ganze Maßnahme für Sie lohnt oder nicht. Aus steuerrechtlicher Sicht ist es sicherlich interessant, Minijob dann als steuerbefreite Einnahme mit dem Hauptjob zu haben. Ist eine feine Sache, rentenrechtlich gesehen, naja, gut, aber das ist wiederum Ansichtssache. Das muss jeder selber von Ihnen wissen, ob sich das dann für Sie lohnt oder nicht. Die ganze Sache versicherungspflichtig oder versicherungsfrei zu machen, ist einfach eine Geschmackssache. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.